jo leute wir sind hier auf dem olgas rock und fun fact wir haben hier das letzte mal vor sieben jahren gespielt wahrscheinlich genau hier und habe ihnen was unterschrieben da gibt es ein foto von und wir dachten jetzt gerade mal sieben jahre später kann man das noch mal nachstellen weil man jetzt zufällig auch so ein bulli steht dann ist noch mal dasselbe foto nachgestellt und uns sieben jahre später hier noch mal fotografiert das ist verrückt wie schnell die zeit vergeht heute spielen wir ein bisschen später und wetter sieht gut aus und ich glaube es wird geil also wenn ich das mal hinkriegen würde was filme ich denn hier nämlich einfach schnell luke warum suchen das nicht mehr raus jetzt nicht mehr raus ist auch voll raus von gescheitern henni hat ein foto gemacht okay jetzt kling auf der linse mann ey ist so versucht eine story zu posten nur mal schnell so im gehen weißt du jetzt auch wenn ihr euch schon immer mal gefragt hat was wir so kurz vor der show machen wir warten darauf dass es endlich soweit ist ich habe jetzt hier gerade keine uhr um aber ich glaube es geht in immer noch elf minuten die längsten 20 minuten glaube ich meines lebens ja längst zwanzig und längst zwanzig aber leute sind heiß ist schon ist schon voll es ist schon voll Das war richtig schön. Wir werden uns jetzt gleich ins Bett legen und morgen früh um vier losfahren zum Alcatraz Festival und das wird auch richtig geil in Belgien und sind schon hyped. Ich bin auf jeden Fall mega hyped. Ich glaube die Jungs auch. Unter physischen Schmerzen kann ich jetzt verkünden, dass es 5.40 Uhr ist und wir jetzt aufgestanden sind, um zur nächsten Schau zu fahren. Alcatraz. Was nehme ich denn? Ich glaube der rechte war der günstige für 1.99 Uhr. Papa, dieser ist der, ne? Den nehmen wir. Den rechten wollen wir. Wie tagt man da eigentlich? Rastet das nicht ein? Es rastet nicht ein. Es rastet nicht ein. Es rastet nicht ein. Okay. Endlich mal im Alcatraz gefängelt. Der liebe Luke quält mich hier schon am frühen Morgen mit seiner Kamera. Was Gutes. Aber ich bin noch nicht so richtig da. Irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich hoffe, dass ich das innerhalb der nächsten Stunde gelöst bekomme. Und dass wir dann hier eine geile Show abliefern, weil das Festival ist glaube ich richtig fett. Die Bühne ist übermächtig. Und ich könnte echt geil werden. Also jetzt wach werden, gesund werden, fett werden. Wir geht's ab. Hallo. Ich bin heute auf dem Melka, das Festival in Vortrag, Belgien. Ciao. Ich bin heute auf dem Weg. Ich bin heute auf dem Weg. Oh. Ich bin heute hier. Ho, dass du da bist. Ja, wir sind jetzt hier am Backstage bei Alpha Traste, damit ihr das auch mal seht. Die Bandnamen sind auch lustig. Hier spielt Katakrysmus und so weiter. Dead Creeper, Blutbad, Hypokrise, Sterbender Fötus, Gaupe, Harschspiere, Brutus, Mortaler Spinker, Schlachte den Giganten, Jack the Cygnus und Celeste. Willst du jetzt? Moin. Hi. Spielen heute auch hier? Wir wollen in alle Backstage reinlucken. Hier kommen wir kurz Hallo gesagt. Alle natürlich noch ein bisschen müde. Deshalb haben wir die jetzt auch nicht gefilmt. Wir werden Knasis, ne? Jede Band seine eigene Junge. Hier ist die von Heiligen Hammer. Russische Kreise. Hier immer Wächter. Lunas Kult. Na ja, genau. Na ja, gut. Kleine Ton hier. Guck mal her. Wer ist das denn? Fällig. So, Leute. Was geil. Was ist das denn? Wir sind der Dschung. Wie? Binnen haben wir das Land für dich? Wie? Wie ist das denn? 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 Das war halt krass heute. Ich setze erstmal die Augenmütze auf. Das war eine echt geile Show. Also so früh mit One of Death und allem drum und dran. Geil, Alcatraz. Ich hoffe, wir können ja bald wieder spielen. Und jetzt erstmal zwei Wochen Regeneration, würde ich sagen.